Ladies and Gentlemen, hallo und alle herzlich willkommen damit zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Prison Architect. Wir sind zurück, es ist Freitag. Ich hoffe, die Woche war halbwegs angenehm. Verzeiht mir, dass ich bis jetzt, was das Thema Umfragen angeht, noch nicht weitergekommen bin. Aber diese Folge, meine Damen und Herren, dieses Wochenende gibt es eine Umfrage, die ist wichtig, die ist relevant und diese Umfrage sieht wie folgt aus. Wir müssen uns überlegen, wie wir hinterher die neuen Zellen gestalten wollen. Also nicht nur die Ausstattung da rein, sondern vor allen Dingen auch welche Größe, weil diese Zellen reichen nicht aus, um die Ausstattungsmerkmale reinzubekommen, die ich ganz gerne in diesen Zellen drin hätte. Und das bedeutet, wir müssten uns da mal dringend motivieren, uns darum zu kümmern. Mich wundert gerade so ein bisschen übrigens noch, dass die Kollegen hier so überhaupt keinen Bock haben zu arbeiten. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich habe mir extra die Mühe gemacht. Achso, die brauchen jetzt nicht arbeiten. Doch, sie müssten eigentlich. Aber ich finde es halt so ein bisschen schade, dass die so gar keinen Bock haben. Ich fände ehrlich gesagt cooler, wenn ich denen hier mal so ein bisschen die Pistole auf die Brust setze. So, also zum Thema Umfrage. Also die Idee wäre eigentlich zu sagen, wir setzen uns hier hin und wir kümmern uns dann darum, wie hinterher diese Zellen aussehen sollen. Und da werde ich dann hinterher eine Umfrage zu machen und natürlich auch, dann gibt es wieder so ein paar andere Themen, die da noch mit rein spielen, die wir auch noch als Umfrage bearbeiten können. Das wäre dann das, was sich dieses Wochenende abspielt. Das heißt, hier oben machen wir erstmal nichts, außer... Ist denn hier schon wieder los? Ach, hier unten ist wieder was los. Ja, also wir machen im Grunde genommen nichts, außer, und das ist relativ simpel natürlich, wir bauen schon mal unseren Zaun und wir geben natürlich auch schon mal ein bisschen Geld aus für unseren Zaun, weil das notwendig ist. Ja, also wir müssen durch dieses Gefängnis durch erstmal von hinten nach vorne den Zaun ziehen. Und ich bin jetzt in dem Modus mittlerweile, dass ich der festen Überzeugung bin. Es wäre, ups, schlau, wenn ich planen könnte. Das hat bestimmt auch schon wieder jemand in die Kommentare geschrieben. Es wäre bestimmt eine schlaue Maßnahme, wenn ich hier in der Lage wäre, 25 abzumessen. 3, 4, 5 und 20. Alright. Und dann machen wir hier 4, dann machen wir hier 6, dann machen wir hier 4 und dann wieder hier hoch. Also, im Grunde ist jetzt die Idee folgende. Ich möchte einfach schon mal so ein bisschen dafür sorgen, dass unser kleines Gefängnis einen gewissen Sicherheitsstandard erreicht. Das ist jetzt erstmal unsere wichtigste Baustelle, um die müssen wir uns schon mal kümmern. Das gleiche gilt für den Zaun nach hier oben. Auch das kann schon mal fertig werden. Und mir geht es einfach darum, dass wir so ein bisschen... Ach, da wäre die Hecke gewesen. Ah ja, die habe ich ja letztes Mal irgendwann gesucht. Mir geht es jetzt einfach nur schon mal darum, dass diese Basis passt. Und das heißt übrigens auch, dass wir schon mal diese Umfassungsmauer hier ebenfalls schon mal herziehen. Nur Wachtürme setzen wir noch nicht da drauf, weil da können wir noch nichts mit anfangen. Und ihr werdet sehen, oder beziehungsweise ihr seht ja jetzt schon, wir haben ein gewisses, wie soll ich sagen, ein gewisses Maß an Kapazität im finanziellen Sektor uns mittlerweile aufgebaut, was uns einfach die Möglichkeit gibt, problemlos ziemlich viel zu bauen und zu gestalten. Deswegen möchte ich eigentlich ganz gerne diese Chance auch nutzen. Ich möchte eigentlich relativ zügig hier ein Gefängnis bauen, was dann auch diesen Anforderungen entspricht, die ich mir hier vorstelle. So, wir gehen mal ganz kurz nochmal auf Objekt demontieren, denn hier haben wir jetzt natürlich die ganzen Lampen, die jetzt natürlich wieder gespawnt sind hier an der Stelle. Die können wir natürlich auch wieder alle zweckentfremden für unseren kleinen Spaß. So, auch das kann schon mal eben gemacht werden. Hier vorne die Planung kann weg. Ja, wir setzen hier vorne an der Stelle da ein Zauntor hin oder beziehungsweise ein Zaun hin und dann setzen wir hier natürlich ein Zauntor hin, damit das Ganze ein bisschen räumlich abgegrenzt ist, damit das Ganze auch ein bisschen besser organisiert wird. Und dann machen wir hinterher auf diese ganze Katastrophe natürlich auch noch ein Stacheldraht drauf. Geld kriegen wir auf jeden Fall genug. Heute Nacht sind diese ganzen Teile alle wieder voll, nur der unterste nicht, weil der hat ja später angefangen. Ja, im Grunde warten wir momentan noch da drauf, dass hier dieser Kompostdünger dann irgendwann in 40 Jahren mal fertig wird. Das wird allerdings noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ja, und ansonsten wird hier weitergebaut. Ihr seht ja schon, das Ganze hier ist in Riesenmaß an einer großen Baustelle. Ganz schlimm wird das ja vor allen Dingen erst dann, wenn wir hier den Stacheldraht draufziehen. Auch das habe ich ja schon erzählt. Das wird nicht so schön. So alles bauen, genau demontieren, ins Lager bringen. Also viel Arbeit für erstmal ein Mindestmaß an Sicherheit. Wir werden dann hinterher die Hundepatrouillen hier außen zuweisen müssen und so weiter und so fort. Warum habe ich eigentlich kein Zauntor auf die andere Seite gesetzt? Oder wird das noch gebaut? Doch, das kommt noch. Okay. Ich möchte dann mal eben noch eine Chance nutzen und das heißt, nochmal Wandlampe zu suchen. Wenn wir nämlich das jetzt nicht machen, dann machen wir das gar nicht mehr. Also, beziehungsweise ich kenne mich. Deswegen, ja, never mind. Dieses Problem an dieser Wandlampe ist im Grunde genommen, dass die jetzt hier kein Stacheldraht mehr zulassen würde auf diesem langen Gang. Deswegen setze ich diese Teile am besten da gar nicht hin. Ne, ich nehme das nochmal zurück. Wir müssen die Wandlampen hinterher an... Oder können wir was anderes? Wir machen mal einfach Lampe. So. Wir können Lampe grün. Das ist ja auch interessant. Lampe rot. Wir können Wandlampe, Lampe solar. Aha. Oder wir können Licht oder sowas. Es gibt auch hier diese Straßenlaternen oder diese Flutlichtscheinwerfer oder sowas. Ich will einfach mal so ein bisschen durchgucken, wie können wir Beleuchtung in diesem Gefängnis ein bisschen schöner gestalten. Das wäre für mich jetzt halt noch so eine Kleinigkeit, die mich interessieren würde. Aber ich weiß noch nicht, Wandleuchte Solar, wenn angebracht werden kann und sich nachts automatisch einschaltet. Ja, aber die kann ich ja auch nicht auf bereits gesetzte Gegenstände setzen. Also ein bisschen fehlt mir da jetzt noch die Möglichkeit, hier mit Laternen oder sowas zu arbeiten. Mir fehlt halt noch so eine, wie soll ich sagen, eine schöne Art der Beleuchtung für diese Wachtürme. Weil leider leuchten die im Dunkeln nicht. Ich meine, eigentlich ist das für so einen Wachturm ja das optimalste. Hier übrigens die Straßenlaternen, die wir hinterher vielleicht wieder hier hinstellen werden, einseitig. Hier Licht. Ja, da wird auch schon wieder einer getasert. Diese Lichtmasten, die sind auch eigentlich ganz schick, aber man weiß nicht so wirklich, was man mit denen machen soll. Ähm, naja. Sagen wir mal, wir warten mit den Lampen noch ein bisschen auf die Zukunft, was wir da machen können. Ihr seht, das Ganze hier, ja, da unten geht es schon wieder ab. Wer macht hier Terror? Geht wieder, ne? Alles gut. Was ist mit dir? Extrem hart, tödlich, furchtlos. Ja. Leider kein Platz in der Hochsicherheitsstufe. Jetzt hätte ich den ganz gerne schon entsorgt. Wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt hier oben eigentlich alles an dieser Wand und diesem ganzen Gedöns schon mal fertig gebaut. Ich meine, wir bauen das jetzt ja erstmal wahllos bis da oben irgendwo hin. Das ist jetzt halt ziemlich easy, das dann so schon mal fertig zu gestalten. So, die letzten zwei Meter der großen Wand müssen noch gebaut werden und jetzt ist halt die Frage, oh, die Medien haben eine Kampagne über die Annehmlichkeiten gestartet, die Häftlinge halten und mir wird hier die Hölle heiß gemacht. Ich verabschiede einen Gesetzesentwurf, der die Trainingsgeräte in Gefängnishöfen von Gefängnissen verbietet. Wir haben ja nur einen Hof und wir haben Trainingsgeräte in einem Sportsaal normalerweise stehen. Einziges Elend ist, wir haben keinen Sportsaal. Das heißt, wir müssen mal eben ganz kurz diese Dinge hier alle demontieren und jetzt wird es langsam relevant, dass wir ein Sportsaal haben. Das heißt, ich muss mal ganz kurz hier improvisieren, sagen, das hier ist jetzt mal alles hier erstmal Sportsaal. Ja, ist jetzt nicht so schön, beziehungsweise ich setze das mal ganz kurz hier hin. Also wir brauchen einen Sportsaal und dieser Sportsaal muss Handelmatte und diese, also Tourenmatte und Co. haben und der braucht halt diese ganzen Handeln und den ganzen anderen Scheiß. Ja, ne, ihr kennt's ja. Wir müssen halt jetzt ein bisschen dafür sorgen, dass wir hier alles, was an Handeln lenken und sowas zur Verfügung stand, so ein bisschen unterzukriegen ist. So, ne. Geht nur darum, dass die erstmal ihre Sportbedürfnisse nochmal weiter ausführen können, ohne dass gleich alles den Bach runter geht. So, wir warten mal ganz kurz. Ja, der möchte schon wieder, dass wir einen Todestrakt bauen. Ja, ich weiß. Alle aus und alle wieder einschalten. Ist kein Thema, ne. Batterie wird entladen. Ja, wir produzieren ganz genau so viel, wie wir. Ja, es ist, äh, es ist ein Elend. Wir haben mittlerweile durch die, äh, Erweiterung unseres Gefängnisses ein Maß an Stromverbrauch erreicht, was, ähm, die Anlage hier nicht mehr leisten kann. Das ist aber auch eigentlich kein Problem, wenn wir einfach ein paar Sekunden warten. Äh, wir machen mal kurz nochmal alle aus. Wir machen nochmal Netzschalter aus und wir warten. Machen nochmal alle an und warten noch ein paar Sekunden. Ja, nur 530 Einheiten Energieproduktion momentan. Das ist natürlich bei weitem nicht genug. Ja, da muss es jetzt mal ganz kurz dunkel bleiben heute Nacht. Es ist nicht zu ändern. Ähm, was mir noch relevant einfällt oder was ich noch cool finden würde, ist, wenn wir wissen würden, hier in welchem Abstand ich dann hinterher diese Türme bauen möchte. Ähm, zwischen den Trakten. Aber das ist, glaube ich, ehrlich gesagt erst dann relevant, wenn ich, äh, meine Waschmaschine piepst. Ähm, die ist erst dann, oder das ist erst dann relevant, wenn ich mir angucke, ähm, wann wir hier in irgendeiner Art und Weise, wie soll ich sagen, ein gewisses Maß an, äh, Gefängnis hier drüber haben, weil hier in der Mitte, ja, wie soll ich sagen, fehlt es halt. Okay, mir geht meine Waschmaschine auf und sagt, ich bin sofort wieder da. Ich hasse Waschmaschinen, die nicht in der Lage sind, in irgendeiner Art und Weise einzugestehen, dass ich jetzt nicht hundertprozentige Aufmerksamkeit für sie habe. Also, welcher Hersteller denkt sich, boah, meine Waschmaschine ist fertig, äh, da wartet der bestimmt den ganzen Tag schon drauf und jetzt muss ich unbedingt, ganz wichtig, diese scheiß Piepstone anmachen, der irgendwie jeden abfuckt, der sonst noch in der Wohnung ist. Ja, weiß ich nicht. Ähm, meine Idee ist es nicht, aber nevermind. Also, haben wir jetzt mal ein bisschen, äh, Saft hier im Laden oder was? Ja, um 5 machen wir mal hier Saft an und dann sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Wo ich, wo war ich? Also, wir haben hier die Situation, dass wir hier theoretisch, äh, irgendwann mal was zwischenmachen könnten, aber, äh, das muss jetzt erstmal noch nicht sein, ist ja auch nicht in der Prioritätenliste ganz oben, da fehlt noch ein Stückchen Zaun, das ist mir noch eingefallen gerade. So, wir könnten den Netzschalter mal, ne, nicht, nicht verbinden. Wir möchten den Netzschalter mal einschalten und wir können uns jetzt eine Sache machen, die ist ganz wichtig für mich und das ist diesen Kollegen hier, Verbindungen löschen, weil das hat jetzt dafür gesorgt, dass hier nachts nichts mehr an Energie verkauft wird und dann reichen diese Solarpaneele auf jeden Fall, ja, für die Zukunft problemlos aus. 140.000 Euro haben wir, ich weiß nicht mehr, wie viel uns das jetzt tatsächlich heute Nacht gebracht hat. Was wir machen können, ist mal ganz kurz hier vorne, so Kleinigkeiten, diese Gehwegflatten schon mal da hinsetzen. Ähm, ich wäre jetzt dafür, dass wir tatsächlich für 120.000 Euro den Hochsicherheitstrakt schon kaufen. Einfach nur, damit ich irgendwen hier outgesourced kriege. Ähm, das Ding ist halt, der ist völlig autark und der fängt im Blauen an. Also, das mit dem Hochsicherheitstrakt ist halt echt so tricky, den mal eben so zu machen. Ähm, deswegen wäre mein Vorschlag, wir machen erstmal eine Sache anders. Wir setzen nämlich mal ganz kurz hier einen Zaun hin, das wäre mir noch wichtig. Ja, da könnte sich mal eben dann auch jemand drum kümmern und wir sollten dann in der Lage sein, uns relativ zeitnah um ein paar Dinge zu kümmern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum, wie gesagt, hier im Laden noch keiner arbeiten kann. Ähm, das ist ein bisschen ärgerlich, ähm, aber nicht zu ändern momentan. So, die Leute hier haben jetzt momentan Freizeit oder Einsperrzeit. Ja, und die gehen tatsächlich in die Einsperrzeit. Also, da können sie auch vorher Freizeit haben. Also, das ist mir ehrlich gesagt egal. Mir geht es halt eigentlich darum, dass die in der Lage sind, arbeiten zu gehen, aber die gehen irgendwie nicht arbeiten. Man muss ja für die, äh, für im Laden qualifizierte Häftlinge 65. Ja, also man muss da keine Voraussetzungen für haben. Kann ich da irgendwie irgendwas Sinnvolles mitmachen? Nicht so wirklich, ne? Ich meine, die haben jetzt Essenszeit oder Freizeit. Ähm, oder die haben Arbeitszeit. Und warum, warum wollen die jetzt nicht arbeiten? Also, das ist halt so ein bisschen das, was mich so ein bisschen ärgert. Ähm, wir können mal Arbeitsverwaltung machen. Und hier rechtsklick drauf. Also, die hohe Sicherheitsstufe, die Schutzhaft, hat Arbeit da drin. Ähm, die höchste Sicherheitsstufe, die darin arbeiten darf. Äh, der Sicherheitsbereich des Raums darf nicht überbrückt werden. Ja, das ist die Schutzhaft. Äh, Tagesordnung, bestimmen Sie die Besuchszeiten für Kunden und setzen Sie während der Arbeit der Freizeit oder zu beiden Seiten an. Ja, so, und Wachenstandard, eine schnelle Möglichkeit, Wachen zu einem Bereich zuzuteilen, während Zivilisten zugegen sind. Ne, äh, also am Grunde kann ich jetzt nichts machen. Äh, ich kann nur hoffen, dass sich da irgendwann mal einer bequemt und arbeiten geht. Naja, gut, dann müssen wir das jetzt noch so ein bisschen in Zukunft stehen lassen. Wir können mal ganz kurz eben die Chance noch nutzen, hier oben so ein bisschen aufzuräumen, weil ich finde das immer fürchterlich, wenn es hier so aussieht, wie es hier aussieht. Ähm, wir können dann, äh, und das wäre mir jetzt persönlich wichtig, auf Stacheldraht gehen. Denn ich hätte ganz gerne eigentlich, dass dieser gesamte Innenbereich, den wir jetzt hier haben, also dieser Bereich hier, das wird jetzt richtig schön teuer, aber dass der schon mal ein bisschen an Stacheldraht dazu gewinnt. Wir machen das, damit wir in der Lage sind, diesen Scheiß hier unter Kontrolle zu kriegen. So, wie habe ich den jetzt hier unten gebaut? Da muss ich jetzt hier wieder nachgucken. Achso, nach oben. So, das heißt, hier muss der nach oben ausgerichtet sein. Ähm, das ist jetzt hier wieder die Frage, wie der ausgerichtet sein muss. Vermutlich muss der gar nicht ausgerichtet sein. Doch, so, nee, hier muss der so und hier muss der wieder so und da muss der wieder so ausgerichtet sein. So, ich mache das jetzt im Grunde genommen, damit wir in der Lage sind, da uns drum zu kümmern, dass hier ein bisschen was an Sicherheit eng steht. Das ist die grundsätzliche Idee an der Sache. Und das andere mit den Kurven, das gilt ja nur in die andere Richtung. Und hier kann ebenfalls ein Mindestmaß an Sicherheit bereits hergestellt werden. Ähm, ja. Mir geht es halt darum, dass wir hier am Ende ein Gefängnis haben, was einen kleinen Tacken höheren Sicherheitsstandard hat als den Blödsinn, den wir bis jetzt gebaut haben. Äh, hier kann kein Stacheldraht drauf. Hier außen machen wir mal keinen Stacheldraht drauf, weil das ist irgendwie sinnlos. Es wäre eine reine Geldverschwendung aus meiner Sicht. So, Stacheldraht wird montiert. Alles an Stacheldraht wird montiert, was wir so montieren können. Unser Personal ist nur mit Stacheldraht montieren beschäftigt. Das ist natürlich auch nice. Aber so ist es halt. Ähm, mir geht es so ein bisschen darum, dass wir jetzt hier so ein bisschen Ordnung reinkriegen, weil mir ehrlich gesagt, dieser Knast, der geht mir auf den Sack mit dem puren Chaos. Wir können übrigens schon mal hier diese ganzen, äh, Tische hier auch schon mal wieder rausschmeißen, weil die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Der Subventionsabschluss, der hat ja geklappt. Äh, das heißt, die Aufgabe ist abgeschlossen. Wir brauchen uns jetzt nicht mehr da ewig drum sitzen und dann noch 20 Stunden darauf warten, dass dann irgendwann mal irgendwas passiert. Also das würde ich ganz gerne vermeiden. Hier würde ich in Zukunft ganz gerne eine Sache machen, die heißt, den Wachtturm 1,50 Meter nach hinten verschieben. Dann hätte ich hier ganz gerne ebenfalls nochmal einen Zaun, ja, sobald das geht. Und dann würde ich da ganz gerne Türen einbauen und halt einen Zugang zu diesem Hof. Und dann kommt da wieder Stacheldraht drauf. Meine Idee ist jetzt erstmal, wir geben ein paar Euro aus. Wir haben ja jetzt eine Gelddruckmaschine im Grunde genommen gebaut. Das heißt, wir können uns jetzt erstmal die Zeit lassen und sagen, wir bauen jetzt erstmal alles so auf, dass wir es gebrauchen können. Ihr seht ja schon, wie beschissen das schon mal wieder aussehen kann mit den Teilen. Das ist halt echt so ein bisschen ärgerlich. Ähm, also mit diesem, mit diesem Stacheldraht da an der Stelle, das ist halt echt nicht so nice. Ähm, hier vorne mit dem auch an der Stelle. Der Kollege da, der, das ist, das ist halt alles so ein bisschen ärgerlich. Ähm, wir reißen den da mal wieder ab. Da kann sich schon mal jemand drum kümmern. Der Kollege kann auch wieder abgerissen werden. Genauso wie der abreißt und der abreißen kann. So, das dauert dann ein paar Sekunden jetzt, bis die fertig sind. Da müssen wir jetzt ein bisschen Geduld mitbringen. Weil, ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass das besser aussieht, wenn wir das anders bauen. So, jetzt müssen wir halt echt warten. Der Stacheldraht, was ist hier? Da muss ja auch noch Stacheldraht installiert werden. Ähm, ja, das mit den Ecken hinzukriegen beim Stacheldraht, das ist halt echt schade, dass sie dafür kein, äh, keine Bitmap-Datei zu hinterlegt haben. Quasi für Ecken separat, dass man so einen geknickten Stacheldraht hat oder sowas. Finde ich ein bisschen schade. Das macht es halt so ein bisschen, ähm, hässlicher, als es eigentlich sein müsste. Aber, äh, naja, es lässt sich nicht ändern momentan. Wir warten mal noch auf den Stacheldraht, der jetzt hier noch fehlt. Da muss noch was montiert werden. Überall muss noch was durch die Gegend getragen werden. Das ist jetzt natürlich ein richtiger Arbeitsaufwand für die Jungs. Das ist klar. Die müssen vor allen Dingen ziemlich weit laufen. Aber das lässt sich nicht vermeiden. Leider nicht. So, jetzt wird hier auch alles noch demontiert. Der letzte Stacheldraht wird montiert. Ja, der Kollege hier, der kann dann auch gleich schon mal abgerissen werden. Weil das macht so keinen Sinn. Wir gehen nochmal auf Stacheldraht. Wir sollten jetzt fünf Stück gleich übrig haben. Wobei hier noch einer installiert werden muss. Ähm, also für mich kommt der da hin. Und der da hin. Ja, und dann müssen wir jetzt hier mal gucken, ob das dann hinterher überhaupt noch irgendwas aussieht. Wir müssen mal ganz kurz warten, 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 bis alles montiert ist. Und dann geht's weiter. Oh boy! Was ein Aufwand. Was ein riesen Aufwand, das alles nur so zusammen zu wuseln. Ähm, ja. Ein bisschen nervig. Aber was will man machen? So, wir warten mal. Wir können natürlich mal ganz kurz schon mal eben hier auf Gefängnistür gehen. Und können sagen, die geht natürlich nach unten auf. Wir wollen ja ein gewisses Mindestmaß an Sicherheit schon erreichen. Dann gehen wir hier vorne drauf. Wir sagen Stacheldraht. Der kann dann hier oben ebenfalls wieder montiert werden. Das dürfte nicht allzu lange dauern. Ganz genau. Stacheldraht montieren. Kostet nicht viel. Sollte schnell gehen. Ja. Jetzt sieht das hier schon mal wieder mittlerweile akzeptabel aus. Der Stacheldraht hier oben drauf. Jetzt hauen Gras. Aber hier kann ich anscheinend keinen Stacheldraht mehr draufsetzen. Ich weiß jetzt nicht, was das soll. Aber, naja, gut. Ich nehme es mal zur Kenntnis. Sagen wir mal hier nochmal Stacheldraht. Da ist er. Ähm, der soll ja eigentlich dann so. Äh, und dann sollten wir jetzt eigentlich alle Ecken auch mitgenommen haben. Also theoretisch zumindest. Ich bin mir da ehrlich gesagt unschlüssig. Also nicht sicher, ob wir das jetzt tatsächlich so gemacht haben, wie es dann hinterher auch aussehen soll. Ich bin mal ganz gespannt. Das Thema Stacheldraht ist halt ein echt nerviges. Weil ich kann jetzt hier keinen draufbauen anscheinend. Äh, hier, das sieht natürlich auch absolut beschissen aus. Entschuldigung. Abreißen. So, weg damit. Ähm, und dann müssen wir nochmal Stacheldraht neu setzen. Äh, und zwar den am besten. Ach, nee. Stacheldraht. So, der kann an der Stelle gleich neu montiert werden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dann haben wir schon einen relativ guten Zustand, oder? Weil, äh, dann sieht das hier zwar so ein bisschen komisch aus, aber das lässt sich dann nicht vermeiden. So. Im Großen und Ganzen sieht ja gut aus, oder? So, das heißt, wir können dann hier die Innenwand hier rausprügeln. Dann können wir diese Tür mal auf Entriegelt lassen. Da steht ja ein Scharfschütze vor. Ne, das heißt also, hier sollte ja jetzt eigentlich keiner mehr rausklettern können. Ne, ich meine, hier hinten ist natürlich noch, ähm, nicht so safe, aber naja. Dann können wir hier theoretisch diese Innenwand auch rausprügeln. Da bin ich jetzt auch mal ganz gespannt. Und dann können wir hier nochmal einen neuen Hof zuweisen. Das sollte auch eigentlich kein Thema sein, sobald ich den denn wieder gefunden habe. Da ist Innenbereich Hof. So, das ist auch alles Hof. So, wir warten mal ganz kurz, bis das hier alles weggekloppt ist. Und dann machen wir das hier zum Innenbereich Hof. Und dann würde ich mal behaupten, machen wir natürlich ganz einfach mit Stein eben einmal den Weg klar. Das sollte man zumindest einmal machen, finde ich immer. Ähm, dann sollten wir hier das auf jeden Fall schon mal machen mit einem Viererabstand. Und dann machen wir mal drei. So, dann sieht das auch relativ schön aus. Dann haben wir jetzt hier einen Gesamtabstand von 23. Da würde ich hier an der Stelle sagen, machen wir mal zwei Meter Weg. Und an der Stelle auch nochmal zwei Meter Weg. Und dann haben wir diesen Hof deklariert als solchen. Ja, das ist jetzt im Grunde genommen meine Idee gewesen. Wir haben dann hinterher einen funktionierenden Hof. Wir haben eine Möglichkeit hier, dann ein bisschen was unterzubringen. Und dann können wir hier das Ganze so ein bisschen schöner gestalten. Ich würde an der Stelle dann übrigens auch schon mal sagen, diese ganzen Dinger da, die können auch gleich schon mal umdisponiert werden. Die kommen nämlich hinterher in diese Stellung hier. Das ist also überhaupt kein Thema. Da können die sich gerade mal mit drum kümmern. Zack, ist das auch gebaut. Und die Innenfläche wird dann hinterher Gras und freie Sitzflächen und alles, was zu so einem Hof im Gefängnis eigentlich auch mit dazu gehört. Und ihr seht ja schon, dann sieht das Ganze hier so aus. Ich weiß noch nicht, ob ich das so lassen möchte. Mit der Mauer hier, vielleicht setzen wir das gleich nochmal ein bisschen anders, dass wir hier erst noch so einen Vorbau vorsetzen. Das sieht halt hier oben so doof aus mit dieser Wand. Ehrlich gesagt, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das so halten möchte oder nicht. Das macht halt Sinn, weil das jetzt halt der Weg ist. Vielleicht kann man das ein bisschen schöner gestalten. Da bin ich mir aber ehrlich gesagt noch nicht so sicher. Wir könnten theoretisch hier das als Gebäude planieren und könnten sagen, aber das sieht auch doof aus. Lassen wir es einfach so. Ganz ehrlich, wen interessiert das? Wir nehmen natürlich hier vorne einmal die Möglichkeit, den Innenbereich ein bisschen schöner zu machen mit. Also das heißt im Grunde, wir machen jetzt hier vorne schon mal alles, was hier Wegfläche sein könnte, schon mal auch als Wegfläche fertig. Hier, das ist Wegfläche und dann ist das hier auch alles Wegfläche. Bis nach da oben, bis nach da, damit das hier auch mal irgendwann halbwegs schön aussieht. Die Tür können übrigens entriegeln und auch mal reparieren. Ich fände es schön, wenn das Spiel immer automatisch selber reparieren würde und ich nicht alles selber machen müsste, aber man kann nicht alles haben. Und dann gehen wir auf Betongewigplatten, warten natürlich jetzt mal gerade noch darauf. Achso, hier oben Keramikfliesen rein, ganz wichtige Baustelle, darf nicht vergessen werden. Da ist es schon fertig und selbstverständlich gehen dann hier Betongewigplatten gleich überall rein, wo es geht. Und das heißt, wir können hier vorne vielleicht mal ganz kurz eben nochmal was kopieren und dann nochmal um 180 Grad drehen, weil die kommen ja sowieso nochmal dahin. So, Betonplatten in 3, 2, 1. Die Böden werden aus Beton gemacht. Wir können natürlich so weit gehen und können sagen, hier die Nasszellen kriegen Fliesen. Da würde ich sogar sagen, wir machen diese schicken Fliesen da rein, weil, naja, warum nicht? Also, gut, wir können die Nasszellen natürlich auch einfach weiß fließen. Ja, eigentlich könnten wir das machen, ne? Also, ich würde mal sagen, wir machen hier mal die Nassfliesen alle in diesen etwas helleren Fliesen, nicht so ganz knastmäßig. Und, ja, wie wird der Boden hinterher ausgestattet? Macht das einen Eindruck auf die Zellenqualität, Raumqualität? Raumgröße mindestens 16 Kästchen, große Fenster, Büro, Schreibtisch, Bett, ne, umgeben kleine Fenster, ein Beschankungssystem, Zellenblock. Also, ja, also der Boden macht keinen Unterschied. Okay, dann würde ich sagen, ganz ehrlich, machen wir jetzt hier mal den Test mit den Zellen hier oben, Betongewigplatten, wie sieht das Ganze aus? So, Gefahrnevel sollte gleich dann auch wieder runtergehen, das ist auch schon direkt wieder low, da sollte es also keine Probleme mehr geben in Zukunft. Der Hof ist da, das ist schon mal ganz wichtig. Und, äh, wir warten mal ganz kurz darauf, dass das hier alles fertig wird. Und, genau, die Zellen sind nämlich jetzt gerade einmal offen, da können die jetzt nicht einmal wenigstens dran arbeiten. So, alles wird schon wieder durchsucht. So, Zellenblock durchsuchen. Ja, also ich würde sagen, für so eine Zelle reicht das eigentlich, oder? Oder wollen wir das hübscher machen? Laufbahn, was haben wir denn hier für kreative Möglichkeiten? Holz, Anleger, Holzboden, ja, können wir auch. Aber, ich weiß jetzt nicht, ob das so ganz optimal ist, so ein Paketboden in so eine Zelle zu verlegen. Ich bin eher für nein. Also, ich bin schon bei dieser Betongewigplatte eigentlich hundertprozentig dabei. Das ist zwar relativ einfarbig, aber es ist immer noch ein Gefängnis und kein Hotel. Also, von daher können wir ruhig mal sagen, diese beiden Zellenblöcke, die wir jetzt hier haben, die werden jetzt schon mal komplett hochgerüstet. Ja, und hochgerüstet heißt jetzt, ich mache die jetzt mal komplett fertig. Ja, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich mache die jetzt mal wirklich komplett fertig. Und das heißt, auch Spüle und Spiegel, diese Dinger hier, die kommen jetzt noch da rein. Das ist ja, glaube ich, die einzige Sache, die ich jetzt noch hier reinbauen kann. Aus irgendwelchen Gründen haben wir keinen Wasseranschluss mehr für den Kollegen da. Woran hapert's? Hä? Also, da haben sich einfach nur gerade zwei, ja, zwei Ströme getroffen. Und dann backt das schon mal so ein bisschen. So, das heißt, wir können hier diese Zellen jetzt alle nochmal einen Tacken aufwerten. Und jetzt können wir uns auch überlegen, was machen wir denen jetzt hier noch als optische Sache rein. Da bin ich für ein Bücherregal, weil das Bücherregal macht am wenigsten kaputt. Das heißt also, ich bin dafür, wir stellen, halt im Moment, wir machen das anders. Ähm, auch wenn ich jetzt gerade den Boden wieder mitgelöscht habe. Ähm, überall. Ähm, toll. Ähm, das können wir mal eben wieder bauen. Das ist überhaupt kein Thema. Also, so. Ich bin für Bücherregal. Und zwar stellen wir das Bücherregal dann nämlich am besten einfach so dahin. Dann kriege ich das nämlich am einfachsten montiert. Das ist überhaupt kein Problem. Einmal darunter, darunter, darunter und darunter. Darunter ebenfalls. Ähm, mir ist übrigens ja aufgefallen, gerade eben, äh, als ich in den Schmuggel reingeguckt habe, dass wir die Situation hatten, dass, äh, gestohlen frommen Informationen uns vor allen Dingen, ja, hier hinten in der Medizin und Co. äh, was verursacht hat. Ich bin also dafür in Zukunft, wenn wir hier dieses Solarentwicklungspornelprogramm-Blödsinn dann irgendwann mal erledigt haben, ähm, dass wir dann in der Lage sind, ähm, ja, 52% schon, dass wir dann in der Lage sind, ähm, mal den Sportsaal und hier für die Krankenstation, wenn wir die woanders hingebaut haben, ebenfalls, äh, mal ein paar Hundis einzusetzen, die sich da konkret drum kümmern, dass das dann unter Kontrolle gebracht wird. Ihr seht schon, wir haben jetzt hier ein bisschen was verbessert. Ich bin dafür, wir machen mal ganz kurz eben noch diesen Hof optisch schon mal schön, also das heißt hier diesen Außenbereich, der wird halt mit Gras auf jeden Fall schon mal bepflanzt und selbstverständlich machen wir hier außenrum einen Ring mit ebenfalls Grünzeug, ja, und in der Mitte kümmern wir uns gleich noch, keine Sorge. Und die andere freie Fläche hier, die wird dann hinterher zum Beispiel einen Anbau, ähm, darstellen, beziehungsweise also eine Anbaufläche zum Beispiel. Das heißt also, wir haben hinterher schon die Möglichkeit da ganz genau, äh, Flächen hinterher für zu nutzen. So, hier kommt auf jeden Fall schon mal Weg runter, da mache ich es mal noch nicht, das dauert noch ein bisschen. Ich will erstmal einen Zellentrakt komplett fertig haben, damit ich so eine Idee habe, wie das hinterher dann aussehen soll. So, ansonsten würde ich sagen, wenn ich mir so die Uhr angucke, vielen lieben Dank fürs Einschalten, ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns dann logischerweise in der nächsten Folge wieder. Die ist dann morgen am Samstag und bis dahin, danke fürs Einschalten, tschüss, bis zum nächsten Mal und haut rein, ciao.